Um darauf aufmerksam zu machen, dass es seit Neuestem täglich außer Montags eine ganze Seite nur für Kinder in der Gießen Allgemeinen gibt, hatten die Zeitungsmacher am Kirchplatz in Gießen Ballons verteilt und dazu eingeladen, sich wie Chefreporter Racker, der Waschbär, der das Maskottchen der Seite ist, schminken zu lassen. Hinterher wurden die Nachwuchswaschbären dann fotografiert und bekamen den Ausdruck einer Zeitungsseite mit ihrem Bild darauf. Ganz entsprechend dem Titel der Kinderseite, nämlich meine Seite. Die Idee für eine Kinderseite ist entstanden, weil Kinder Nachrichten immer mitbekommen, gerade wenn schwere Sachen passieren, wie zum Beispiel ein Erdbeben und Kinder die Sachen einfach nicht verarbeiten können und auch nicht verstehen. Und wir wollen ihnen einfach etwas mit an die Hand geben, dass sie Nachrichten verstehen lernen und auch die Hintergründe verstehen können. Und zudem sind auf der Seite viele Mitmachaktionen, zum Beispiel können sie ihren Lieblingswitz einsenden, sie können aber auch ein selbst gemaltes Bild einsenden oder ein Foto. Also wir haben auch Experimente auf der Seite, wir haben Geschichten auf der Seite, es sind viele spannende Dinge dabei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.